Hallo meine Sportsfreunde auf MaverickTV. Viele stellen mir die Frage vor dem wichtigen Spiel Polens gegen die Spanier heute um 21 Uhr. Wie soll denn überhaupt Polen die Spanier aufhalten, Onkel, wenn du so sehr an den Sieg glaubst? Und ich werde euch das taktische erklären jetzt, wie Polen heute Spanien aufhalten wird. Und zwar, da sind die Spanier, wie ihr sehen könnt, wie ihr hier sehen könnt, sind das die Spanier in Spanien produziert. Und ich habe Morata und Kocke getroffen und werde euch am Beispiel Morata und Kocke zeigen, wie wir sie aufhalten können. Das ist Morata mit der Nummer 7 und das ist Kocke mit der Nummer 8. Und jetzt zeige ich euch mal, was Bentnarek und Glik mit Morata und Kocke zum Beispiel in einer brenzligen Situation, Torsituation, gegen uns machen werden. Und zwar, kommt hier der Ball, dann will Morata, Morata spielt Doppelpass mit Kocke, Kocke zu Morata. Und dann wollen sie den Ball über die polnische Linie bringen. Und was passiert dann? Das passiert dann, das passiert dann. Das machen wir. Wir fressen heute die Spanier auf. Wir fressen heute Die Spanier in RHE Helen' aus. Bis zum nächsten Mal. Raah!